Zwilling stellt schon seit 1731, also seit fast 300 Jahren, Premium-Messer her. Bis heute werden die besten Messerserien in Solingen gefertigt und sind made in Germany. Sie zeichnen sich durch besondere Schärfe und Langlebigkeit aus. Wie macht Zwilling das? Einerseits durch einen Spezialstahl, der nur für Zwilling gefertigt wird, und andererseits durch ein Eishärteverfahren, das die Klinge besonders langlebig macht. Woran erkennt man ein geschmiedetes Premium-Messer? Charakteristisch ist der sogenannte Kropf, dem Übergang zwischen der Klinge und dem Griff. Er gibt dem Messer Schwerpunkt, Gewicht und eine besondere Balance für ein müheloses Schneiden. Den Griff findet man oft entweder als schlichten Kunststoffgriff mit oder ohne Nieten. Häufig ist das Material eines Nietengriffes auch aus weißem Kunststoff oder auch aus Holz zu finden. In den meisten Fällen wählen Kunden allerdings die schwarze Variante. Von den wichtigsten Messerserien gibt es normalerweise ca. 20 verschiedene Klingentypen, die dann oft auch in Messersets oder in einem Messerblock kombiniert werden. Vielen Dank, creks und Bis zum nächsten Mal.